So, da bin ich wieder mit Dark Encounter, Dumm for Dumm. So, wollte eigentlich passen. Ah, ich weiß es nicht. Da sind sie, Brutal. Aber Sie sind für uns zu Ver Republicen. Oh, ich sehe sie. Erstmal doch dich verstanden. Und sonst ist ja gerade nichts offen mehr. Nö, gut. Ok. Dann ein zweiter Versuch. So. Mal gucken, ob es ein ordentlicher läuft. Na ja, gut. Zuallererst, du kommst... Oh, Mann. So, was? So. 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 Wieso hab ich Lust auf 28% Rüstung? Die haben uns doch noch gar nicht getroffen, oder? Boah, Alter, ernsthaft jetzt? Na klar Gute Ahhhhh! Ich gehe jetzt auf die Art. Ahhhh! auch wenn der stadt schon relativ geschießen wort aber das kann ich jetzt wieder auf ja auch nicht mehr darauf achten meine rüstung zu behalten wo ich keine mehr hatte von daher kann ich jetzt wieder mit der kettensäge arbeiten auch nett auf eine gewisse art und weise was ist denn mit dir los? ach du kacke so war das gerade nicht gefallen ok ich probiere mal was wahrscheinlich werde ich da weit drauf gehen so 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 Oh ja, ich bin ja. Was? Hä? Wer denn? Achtung da! Was? 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 Ich schmalle es groß. Ja, sohine. Meine Güte, wann ihm das Ding entwickelt wird, wann ihm das Ding den Bedauert ist. So. Gut, erst mal haben wir uns schon mal komplett gemeistert, was kann mit dem Nächstes passieren? Oh, ja. Meier Pfeffer. Was? Meine Güte, Alter, ich kann nur noch 1% nehmen. Was ist da gerade los? Oh mein Gott. Nice. Gefällt mir. Immer diese Fallen hier. So, was ist denn noch was? So, Jungfass? Ne, ne? Wie viele Dinge nicht umsammeln. Ich würde die Kinder nicht umsammeln. Das ist nur noch so wertvoll. Da ist sowieso noch hier eine Menge, die mit meiner Kettendickel ravieren muss. Genauso wie ich auch die Rüstung nicht aufnehmen darf. Aber wo kann ich das mal wieder? Ja. Hä? Oha! Nein, da kann man nicht rum. Oha! Nein, da kann man nicht rum. Oha! Oha! Das stimmt. Na gut. Ist der besser gewesen. Ich mag nur, wenn wir da mit dem Weg in den Bruch rüber laufen. Das kann durch das Ding dann drüber springen. Wenn ich mich... Wow! Was ist los? Halliga. Hänger des Graums. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn da los? Der Ausdruck war links, oder? Fuck. Na gut. Och ne. Scheiße. Wow. War klar. Ah, Gott. Na doch. Ja, jetzt hab ich jetzt nicht mehr. Nur gute Musik jetzt wahrscheinlich sein. Trinkt auch alles nichts. Wow, ich bin eh noch. Die sind ja beide noch. Goddammit. So. Das hätten wir. Und jetzt muss ich nämlich hier rauf. Ja, genau. Da haben wir dann diesen Kocher-Fall-Konstrukt. Eine Map. Kann ich gleich mal gucken, wo ich dann weiter muss. Was? Och Gott. Ich will nicht mehr. Ja. Was zur Hölle? Na komm her. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß. Meine Güte. Die Viecher können auch nerven. Ja. 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 Oh mein Gott. Ja. 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 2008. Oh mein Gott. Ja. Ja. Wow! Wow! So glücklich mit habe ich gerade diese riesen Dinger da erschreckt. Ich dachte schon, die treffen mich. So, go! Oh, salamista! Oh, schon mal wiederkommen! Wow! Wafo, heller! Ich sehe nichts mehr! Geil! 2 Stunden! Ne, ne, wurde es. Hier muss ich lang. Waaah! Oh! Holy moly! Oha, meine Lebensenergie ist bald ausgelöscht, ausgebraucht, aufgebraucht. Gut, hier ist Ruhe. Hier ist soweit auch Ruhe. Dann verbiss ich mich lieber nochmal. Hier bin ich auch. Meine Presse. Das ist ja schlimm als ein Kindergeburtstag. Was ist das denn hier? Ich könnte mich auch normaler, wenn wir da hin. Ah, klar, da war ja was. Wow. Gut. Ach so. Taschenlampe gibt's hier ja nicht. Das war's schon. Ist ja lame. Ha. Voll billig. So, bei der roten Karte, da wusste ich noch, da muss man suchen. Äh. Nice. Ach, das ja. Geil. Aber wo kommt man denn da hin? Hä? Hä? Oder hab ich jetzt unter mir die Tür geöffnet? Ja, ich hab unter mir die Tür geöffnet. Hier hat gerade einer geschossen, ich weiß noch nicht wer. Wow. Okay, jetzt weiß ich wieder. Ah, ja, ja, ich lasse mich durch. Ich hab kein Arzt. Oh, Alter. Mädel. Oh, Alter. Fuck, Alter, wie konnte ich die nicht bekommen? Hä? Geht doch! Wow. Ich habe trotzdem mächtige Schaden bekommen. Warum das denn? Was? Fuck. Oh mein Gott, nein, fuck. Alter, ja, an die Falle kann ich mich jetzt... Leck mich. Einfach mal die Bretter halten. Oh Mann. Ja, abverstanden. Hä? Alter, ich habe gerade überhaupt nicht mehr... Sag mal, ich war doch auf der Treppe oder nicht? Ach komm. Ja, mach hin. Hab dich auch nicht. Jetzt mach hin. Geht mir, da unten? Ja. Mann. Scheiße. 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 so 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 yay so so aber wo konnte man oder habe ich jetzt gerade beschlossen ach so was ist jetzt wieder offen warte mal ganz kurz hin tun wir noch was ach jawohl ja und habe ich schon alle secrets hier ja hier ja und dann noch eins hier hier ist das was bereits hatte hier 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 hat ähm und da lang 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 ist hier geile höheren level ist irgendwie mit der kettensäge ultraleicht wenn man jetzt nicht zu viele gehen mit einmal hat die alle die alle fernkampfdamage machen oder die ähm quatschen sondern hier ähm äh da diese großen dicken die da ähm dann funktioniert mit der kettensäge echt besser und dann verletzt man sich dass man nur noch mit der spielt das oh siehste einfach mal während dem ab und zu mal die leertatsbruchten ist ganz vorteilhaft ist noch irgendwas ne hä jetzt da ein Fall ach der na gut aber ein aber ein doch quatsch wir haben doch alles eh schon wieder Ich würde gerade sagen, Exviko fehlt noch, aber den ist ja gar nicht so. So, hier waren die nichts mehr, genau. Alter, wie ich hier alles fertig gemacht habe, beziehungsweise eigentlich eher dafür gesorgt habe, dass die sich kindlich fertig machen. War schon irgendwie nice. So, hier ist nichts mehr. Und das auch nichts mehr. Na gut! Oh Gott! Ja! Gut! Auf die Map freue ich mich schon, die habe ich, das war glaube ich die letzte Map, die ich immer bisher gespielt hatte. Ja genau, bis dahin, genau. Wahrscheinlich bis dahin, oder vielleicht sogar doch noch weiter, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das die Map, an die ich mich ganz gut erinnere, weil ich die Map leider schon sehr oft versucht habe, und immer wieder glücklich daran gescheitert bin. Ich hoffe, das wird jetzt im Let's Play kein Desaster, denn wir werden ja sehen. Gleich. Schauen wir mal auf. Ähm... Hört sich auch? Achso! Schon wieder die festste Tastakt, die wird gewesen. So, jetzt. Schauen! Ich bin mal D blending die Wind nicht allgemein. Ich bin mal DEP. Vielen Dank.